Wenn ich mal groß bin, werde ich Kapitän und schipper dann über den Atlantik. Und hier habe ich die Österreich-Karten angebracht mit dem Zielreiser. Vierte, zu und bleiben. Ich bleib eh in Österreich. Ich schaute mich immer wieder fragend an. Und was kommt dann? Was kommt dann? Wie lautet der Titel? Vom nächsten Kapitel. Was kommt dann? So, ich bin heute beim Schwarze unterwegs. Der ist bei Kitzbühel. Und boah, da ist Kitschi geschehen. Morgen. Entschuldigung, ich habe eine Frage. Bist du zufällig von da? Ja. Ich habe eine Frage. Ich bin Dokumentarfilmer. Kennst du bei euch originale in der Gegend? Kitzbühel oder spannende Leute? Oder vielleicht bist du selber interessant? Spannende Leute. Bei uns da spannende Leute. Ja. Das habe ich schon gesehen. Bist du Kitzbühlerin? Ja, ja. Ich bin Kitzbühlerin und Frisärin. Das bringt auch mal eine spannende Frisur mit. Aber als Frisärin müsstest du eh viele Leute kennen. Du möchtest jetzt den Hansi suchen und Hansi hinter sich auch. Ja, den kennt jeder. Ja, den kennt jeder. Aber der kann dir viel erzählen. Ist der cool so? Der war eh reiflich cool. Na wirklich? Ist ja nicht, dass man glaubt, das ist ein Star und ... Nein, überhaupt nicht. Ist echt ein netter Hackl. Na geil. Mit dem ... Ich weiß nicht. Also der hat ganz viel Geld für Kitzbühel. So mit dem Skirennen und ... Ja, so wie es bei euch ist, erlebt ihr auch von dem Tourismuswahnseil? Ja, vom Tourismus, ja. Bei uns ist nur Tourismus. Wenn man dann schimpft und sagt, man will das nicht haben, was wäre Kitzbühel dann? Genau, Kitzbühel wäre dann eigentlich nichts. Aber sie schimpfen im Prinzip Töchter. Und Töchter soll ihr eigene Oma verkaufen, nur damit sie mehr Geld haben. Wirklich? Bei uns legen die Leute schon ganz viel Wert auf das, was du hast und wer du bist. Äsliub. Ist ja er oder sie. Sie. Wie heißt's? Kitzbühel. Und hast du weggegangen von Kitzbühel? Nein, ich persönlich möchte nicht weg. Ich möchte erst weg, wenn ich dann groß und stark bin. Nein, ich möchte gerne irgendwann nach Brasilien, aber das geht sich noch nicht aus. Aber warst du schon mal dort? Nein. Ja, voll geil, oder? Ja, da möchte ich gerne hier und da möchte ich gerne bleiben, glaub ich. Wenn du den Weg wieder zurück gehst du auch die Runde. Ja. Bei uns ist in jeder Ortschaft eigentlich nichts. Also so rundherum ist der kleine Läster, da ist nichts für junge Leute und so. Okay. Es sind ganz viele, die von da weggehen. Also ich hab auch viele Schulfreunde, die schon lange irgendwo in Australien sind. Ja, schon. Ja. 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 Musst du heute noch arbeiten, oder hast du frei? Nein, ich muss noch arbeiten. Ja, aber es ist doch voll schön. So einen Tag anfangen, oder? Am See. Ja, für mich schon. Also ich geniesse das. Ich stelle einfach zwei Stunden früher auf und gehe dann noch runter und dann ein bisschen sammeln. Aber Frisärin, hast du das schon gewusst? Weil das ist auch so ein klassischer Beruf. Ich hab immer Mechaniker gelernt. Ja. Mechaniker, Frisärin, die sind auch gleich immer so, ja, macht es halt leer und setzt das. Du hast halt das. Nein, ich wollte erst kein Schauer sein. Geh. Ja, ich wollte es immer schon. Also Haarschneiden war immer schon mein Favorite. Das ist Barbies und Puppen und meine Cousins und Cousinen und unsere Katzen. Und als nächstes kommt der Hund dran. So, ich bin jetzt direkt bei der Gondelbahn, mit der man den Hanenheim aufgefahren kann. Und jetzt bin ich gespannt, wie die Streife im Sommer ausschaut. Servus. Grüß dich. Du bist einfach da. Kitzbüllerin. Ja. Wie viele Leute wohnen wirklich da in Kitzbüller? 8000. 8000? Ja. Das ist ein Staat, oder? Ja. Das ist ein Staat. Ich meine, das waren 700 Jahre. Aha. Und das da hinten ist ein Golfplatz? Golf, aber für dich. Wahnsinn. Da ist einer dieses Teilstöste. Der ist schon über 50 Jahre da drin. Da hinten der? Ja, ja. Der hat keinen Hohl. Ah, okay. Du hast selber auch Golf spielen? Nein. Habe ich mal in Amerika war. Wie in Amerika warst du? Ja, zweimal war ich in England zuerst. Das letzte war ich dreieinhalb Jahre in Amerika. Wow. Und da bin ich 66 Jahre gekommen. Seitdem bin ich nicht mehr recht weit gefahren. Wirklich? Ja. Und geht auch nicht an? Nein, absolut nicht. Heutzutage brauche ich das alles nicht mehr. Da kriegt man die innere Ruhe, dass man weiß, man hat es eh schon gesehen. So quasi schon. Das ist eh schön. Ach ja. Bist du auch schon oft runtergefahren im Winter mit den Skistreifen? Ja, jeden Tag. Wirklich? Ich gehe jeden Tag Skifahren. Wow, schön. Fast jeden Tag. Je nachdem, wenn es sehr windig ist. Da waren wir halb in die Nähe vom Affe. Halb in die Viertelhöfe sitzen wir in das Gasthaus oben. Dann trinken wir. Und halb in die Zwölfe so ca. vor dem Altus drauf haben. Ja, super, oder? Toll. Gelegt, da geht's runter. Boah, der Feiz. Das schaut aus, als würden die Streifen anordeln. Grüß euch. Servus, Michael Reisecker. Gebt ihr den Hohn so? Servus. 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 Grüß dich. Ich bin Michaela. Michi Reisiker. Sagt ihr Adl auch? Suden. Suden? Suden, ja. Das ist interessant. Bei uns Adl. Aber das heißt, da wo die Skifahrer drüber kommen im Winter, ist die im Sommer die scheiße Frick hier. Genau. Der Adl. Ganz normale Lande. Ganz normale Lande. Wie gemäht wird. Wie das gemacht. Wenn wir mehr gegessen haben und da überhaupt bei den Jungen Madl, die sind auch mehr Veganer und so Zeug. Und die essen auch kein Rindfleisch, das ist so eigenes Fleisch von uns. Und dann sag ich, wenn es jahrhundertelang keine Rinder geben hätte, dann könnte das gar nicht Skifahren. Dann wäre alles wild. Dann hätte ich das freigehalten. Und die Olmer sind halt durch das, dass die Viecher rum sind, dass sie das freigehalten und dann können wir halt Skifahren. Ah ja. Das ist so gut. Aber das weißt, ihr lebt von der Landwirtschaft? Ja. Und der Winter-Tourismus. Schauen wir? Ja. Mit allem oder was? Leben, der man für die Gäste. Ah ja. Und ... Aber es ist so beich, oder? Braucht es beides? Es braucht beides. Landwirtschaft allein wäre unmöglich zu überleben. Ja, zu denen sind wir uns klar. Okay. Wir haben nur vier Hektar zum Mahn. Ah ja. Dafür habt ihr eine wahnsinnige Aussicht da herum. Aber wenn man so schaut, es gibt schon noch viele Bauernhöfe bei euch, oder? Es sind ungefähr 80 Bauernhöfe in Kitzbücher. 80? Ja, 80. Und davon sind aber noch, ich schätze jetzt mal 60 Bauern, die noch aktiv sind. Es werden schon alle Jahre weniger. Und die anderen werden halt aufbacht oder dazugebacht. Aber ist eh noch viel? Wenn es so her ist. Im Bahnhof, wenn die Gäste sagen, die ernähren darf, sind nur mal zwei Bauern oder drei Bauern oder vier Riesenbauern. Also von dem her sind wir noch relativ klar strukturiert. Aber das wird auch alle Jahre weniger. Naja. Aber das wird ziehen viel her nach Kitzbühel, oder? Das ist ja okay. Wenn wir jetzt vergangen oder irgendwo auch ein Siedeln und dann da arbeiten und wohnen da und haben die Kinder da in der Schule, das ist ja okay. Das ist ja ein normaler Zuzug. Und das sind dann auch wieder Inheimische. Aber wenn eben andere aufkaufen, wo sie dann auch keine Kinder mehr da haben und wo sie nur mehr ein älteres Wohnsitz da haben. Oder drei Wochen im Jahr. Da sind ja Siedlungen da drüben, die was ja ein Dreivierteljahr alles Finsteres im Jahr. Die quasi nur zum Rennen kommen oder wann auch immer? Rennen kann rennen. Hm. Dagegen sind Sie wahrscheinlich 365 Tage im Jahr herum. Und Urlaub und so? Wenn man wohl geht alles. Geht auch. Nein, wir sind 365 Tage herum. Okay. Drei Tage fahren wir vorlauf. Zwei Tage fahren wir vorlauf. Eih so viel? Ja nein, es ist eh fast schöner zu viel. Na gut, ich halte euch nicht mehr auf. Viel Spaß in Kitzbühel. Danke schön. Viel Spaß beim Suden. Servus. Morgen. 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 Entschuldigung. Sind Sie aus Kitzbühel zufällig? Ja. Ich bin Dokumentarfilmer. Und ich suche nicht mehr Bilder im Macker. Ja. Da gehen Sie da gerade durch, durch das Tor durch. Mhm. Und nachher ungefähr noch 500 Meter rechts da ist ein Haus. Und im ersten Stock kommt es einer. Super. Und wie ist es so zum Leben da? Wir leben da für Pensionisten sehr angenehm. Aber man muss es leisten können, oder? Ja. Aber es leben ja hier auch normale Leute. Schon auch? Aber in Kitzbühel aufgewachsen oder hergezogen? Ja. Heuergeheuer. Das ist auch gut? Ja. Ja. Mein Mann ist von da. Ah. Ja. Und bleiben wir da gerne da? Oder ist es oft so mit dem ganzen Trubel, dass das oft zu viel ist? Nein, den kann man so gut außen weg gehen. Schon? Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke schön. Von der guten Zeit. Real Estate. Hallo. Morgen. Hallo. Hallo. Michal Reisecker. Ich hab eine Frage. Ich hab jetzt oben zwei alte Damen gefragt, wenn ich 10 Mille hab, Euro, wo ich die ausgeben kann. Haben sie mich zu euch geschickt? Sehr nett. Bitte. Und zwar, es ist aber so, ich bin Dokumentarfilmer. Ja. Da ist die Kamera. Ah, nett. Super. Da ist das Mikrofon. Sachen gibt's. Und so bin ich unterwegs. Ja. Kannst du mir da was zeigen? Ja. Cool. Ah, und das ist der Family. Das ist mein Vater. Ach so, Senior. Das ist mein Sohn. Wahnsinn. Und der Sohn ist auch schon mit dabei? Der Sohn ist auch schon mit dabei. Und meine Frau ist auch dabei und so. Nicht schlecht. Aber Konkurrent seid ihr so sicher für den Kitzbühel, oder? Ungefähr 60 Makler. 60. Das sind seit EU-Beitritt exportiert. Okay. Wir haben Prüfungen gemacht, die haben ein Jahr gedauert und so. Ja. Jetzt kommen halt Ketten, was weiß ich, von Deutschland oder so. Aber da muss man doch. Muss man sich arrangieren, ne? Jeder lebt in seiner Zeit. Ja. Man macht das ein bisschen das Reiche und Schöne in Kitzbühel. Natürlich, man wächst mit dem auf. Aber man darf nie vergessen, wo ist man selber her. Wir sind immer bodenständig gewesen. Großeltern haben Bauern und so weiter. Also wir sind da sehr, wie soll ich das sagen, sehr normal. Ja. Muss man auch sein. Weil durch den ganzen Glanz und Klemmer, den es da sicher im Winter hauptsächlich gibt, darf man sich nicht verleiten lassen und auch nicht blenden lassen. Okay. Aber wir leben von dem. Wir brauchen das genauso. Aber nur das geht auch nicht. Das bedarf sicher eine gesunde Mischung. Aber das Schöne ist ja ... Ich wollt grad sagen, wir gehen eine Minute und du kennst drei Leute und man kennt sich einfach auch noch. Jetzt will ich es doch irgendwo durch ein Dorf bleiben. Schon. Ja. Das Friseurgeschäft da, da haben wir abgefangen, mein Vater. Nein. Mein Vater war ein super Friseur, war eine Persönlichkeit. Und ich selber war 20 Jahre Friseur und das war unser Geschäft. Und in dem Geschäft haben wir abgefangen Immobilienvermittlung. Weil da haben wir die Leute gehabt, die ihren Haus nicht leisten können, haben sie auch Häuser leisten können an Wohnungen. Die haben mich gefragt, weil der Friseur immer alles weiß. Ja. Haben natürlich gesagt, ja, wissen wir nicht, eine Wohnung oder ein Haus oder das. Und da ist das eigentlich geboren. Ja, voll cool. Ah, du hast noch Friseur gelernt? Ja, ja. Ich hab ja viel preisforciert. Okay. Bei Weltmeisterschaften, bei Europameisterschaften. Ja, cool. Ah, sind wir schon da? Preislich ist so ungefähr im Schnitt bei 10.000 Euro pro Betrachtmeter. 10.000 Euro pro Betrachtmeter. So was, ja. Das, was die 100, ist ungefähr eine Million Euro von Handlungsbasis. Okay. Schön. Also von der Lage her ist das die Top-Lage in Kitzburg. Ja. Altstadt in der Nähe, Restaurants in der Nähe, Bergbahnen in der Nähe, super Infrastruktur. Aber da wäre jetzt der Wohnbereich eigentlich, mit Blick zum Harnenkamm, das heißt Skifahren. Da ist man dann ein bisschen verbunden. Zweckmäßige Küche, aber ist auch cool. Dann haben wir zwei Schlafzimmer. Je nachdem, hab ich Kinder, ist ein Schlafzimmer, hab ich kein, dann wird es ein Wohnzimmer. Ja, ja. Dann ist dort dort. Da sind wir zwei Schlafzimmer. Ah ja, super. Da haben wir einen sehr schönen Blick. Rüchtig ist bei uns immer das Kaisergebiet, das ist mindestens 100.000 Euro. Nein. Das sind nicht Stichwörter, ne? Ganz daheim, wenn das Lager mehr ist, das Berg. Ist doch manche ja wurscht, was kostet, oder? Es gibt Leute, die sagen, Geld spielt keine Rolle, aber so ist das nicht. Geld spielt immer Rolle. Auch bei Superreiche zum Beispiel? Ja, gerade da. Ja. Weil die sagen, wie hoch sind die Betriebskosten. Interessant, ne? Und dann 80 Prozent sind bei uns die Deutschen. So viel? Ja, schon, ja. München ist nah, ne? Alles ist so nah, da zahlt sich das aus, weil wenn ich heute von München daherfahre, ein bisschen über eine Stunde, zahlt sich das aus. Und umgekehrt, wirkt sich das auch auf die Elchemischen aus? Merkst du eine Tendenz, dass es in eine Richtung geht, was gefährlich wird für Kitzbühel? Das hat es gegeben, das stimmt. Weil es zu teuer war. Es war nicht mehr leistbar für die jüngere Leute oder für junge Familien. Okay, ja. Da ist es aber so jetzt, wenn heute als Beispiel noch, heute kommt ein Bauer, der Herr sagt, ich habe 5.000 Quadratmeter Grund, darf ich das verkaufen? Dann sagt das Land und die Gemeinde, als Beispiel, ja, du darfst das verkaufen. Du musst aber, sage ich mal, 4.000 Quadratmeter Einheimische geben oder 3,5. Okay. Und die 1.500, das ist 2 verkaufen. Dann kriegt der Einheimische einen Grund für 150 oder 180 Euro im Quadratmeter. Und der Fremde oder der EU-Bürger in dem Fall kostet das gleiche Grund vielleicht 2.000 Euro. Und da hat man jetzt die Leute wieder dachhalten, was aber vernünftig ist. Es geht nicht immer ums Geld. Cool. Aber wenn man da reinwächst über die Familie, jetzt nicht nur belangt, dass du sagst, ganz andere Branche oder ganz was anderes? Es ist so. Man sieht nur mal an meinen Vater gekommen. Wir sind vier Kinder. Da sind wir auf dem Tisch gesetzt. Die Mutter, der Vater und die Geschwister. Da hat der Vater gesagt, du weißt versehrt, du weißt Rechtsanwalt, du weißt das und du weißt das Kriterium. Nein. Aus. Und wenn dir das nicht passt, musst du selber schauen. Boah, das war auch hart. Und ich bin halt versehrt worden. Ich bin ja gerne versehrt worden. Weil so war ich 10 Jahre weg von Kitzwil, bin ich dann noch überall gewesen. In Miami auf dem Schiff zum Beispiel. Nein, warst du versehrt auf dem Schiff? Ja, ja. Dann in Paris eine Zeit lang und so. Ja, geil. Wunder schöne Zeit. Viel Leute kennengelernt, viel gesehen. Und das brauchst du auch. Du kannst jetzt nicht so ... Mein Sohn war auch schon drei Jahre in England. Du kannst nicht immer in Kitzwil bleiben. Man muss auch einmal weg. Man muss beruflich einmal weg, man muss sonst einmal weg. Und dann ist es da natürlich sehr schön. So, nach dem Einblick in die Immobilienwelt von Kitzwil, schaue ich jetzt, wenn man da am Golfplatz so trifft. Ja, Alter. Unglaublich. Servus. Servus, Michael Reisecker. Servus. Ich bin Dokumentarfilmer. Ja. Da haben sie mir im Orts gesagt, man muss unbedingt in den Kaps auffahren. Da sind die Golfer daheim. Wo sind die Golfer daheim? Ich wollte dich fragen, ob ich die oder euch ein wenig begleiten darf. Sicher? Gehst du mit, oder was? Ja, aber ich hab keine Ahnung vom Golfen. Macht ja nichts. Vielleicht kannst du mir nebenbei etwas erzählen, wie das zu geht. Genau. Stopp, stopp, stopp. War nicht so schlecht. Aber du kommst schon dorthin? Ja, es ist ein bisschen. Ich spiel schon eine Zeit lang. Wie viel Jahre spielst du schon? 51 Jahre. 51 Jahre. Servus, Michi. Servus, Heinz. Das ist das einzige Spiel, wo du nur den Ball berührst. Kein Mensch berührt deinen Ball. Das heißt, wenn du in den Mist reingeschossen hast, dann bist du für dich verantwortlich. Ah ja. Das heißt, was einfach ausschaut, ist schon jahrelanges Training. Oder einfach nur Talent. Ich geh jetzt vorsitzend auf. Genau wie Michi. Aber wenn sie neu sind, spielst du das jetzt doppelt, damit sie 18 sind, oder spielt man da einfach rein? Beim Turnieren natürlich spielst du das doppelt, weil Turniere gehen immer, fast als im Normalfall über 18. Und wie wird gezählt? Wer wenigstens Pflege braucht, ist der Beste. Das ist genau das Gleiche. Ach so. Boah, ist ein guter. Aber gut, er ist ja auch ein Pro. Du spielst wirklich hauptberuflich Golf, oder was? Nein, überhaupt nicht. Ich bin Golflehrer. Okay. Ich bin Coach. Ach so. Ich bin im Golfverband tätig, davon sehr lange Nationaltrainer. Aha. Schöner Job. Zieh! Zieh! Ui! Boah, der war doch jetzt fast angerascht. Wenn er im Teich ist, was tut man da? Ja, da gibt's einen Kraftschlag. Ah, okay. Das ist nie gut. Das ist nie gut. Das ist nie gut. Ja, super. Wie bist du jetzt gekommen zum Golfspielen? Schon auch eine Familie? Ja, unser Familienplatz hat mein Vater gebaut. Okay, also voll in die Wiege gelegt. Ja. Aber oft sagen Leute, Golf, reicher Sport. Stimmt das oder ist das so überholt von früher? Dankwillig ist er nicht. Aber reich allein? Nein, ich bin nicht reich. Das Verhältnis, in welchem Aufwand du Golf spielst, was dir geboten wird, ist sehr, sehr billig. Okay. Weil ein Tennisplatz, ich mein, ja, okay, baue ich mal. Und dann muss ich ihn zum Schluss noch selber abziehen. Und was kostet mir eine Stunde? 40 Euro? Bei euch sicher. Dann zahle ich 70 Euro. Und fast den ganzen Tag. Sauber, Hannes. Aber mischt du das dann, wenn die Promis kommen, sind die dann auch da oder sind die ganz anders in einem anderen Club? Nein, nein, nein. Hier haben wir alle gehabt. Also von bis? Beckenbauer hat da Golf gelernt. Die haben alle bei mir Golf gelernt. Beckenbauer, Hinterseer. Das sind ja auch nur Menschen. Wir sind insofern ein bisschen, in Anführungszeichen, angestumpft. Wir kennen das. Wir sind es gewohnt. Wir wachsen auch damit. Dass du auch Leute siehst, die du im Fernsehen siehst. Den einen Schauspieler, den einen Sportler. Dass die auch normal sind. Dass die auch normale Leute sind. Und dass denen bei uns gefällt. Für uns sind sie willkommen. So, jetzt geht's da hinauf. Und jetzt ist das Gasthaus Stolzlechner. Stolzlechner? Da hier. Der hat die erste Kegelbahn gehabt. Das war früher ein Gasthaus. Super. Und da geboren in dem Haus. In dem Haus bist du geboren? Ja, im Gasthaus. Ich weiß nicht, Zimmer 14 oder irgendwas. Weil ich war der letzte in unserer Familie. Und ich muss aber auch Kaffee trinken. Und irgendwie bin ich halt da. Super. Und seitdem hat der Golfplatz nicht mehr ausgelassen. Ja, ja. Aber was ist das Faszinierende am Golf? Dass das nicht fad wird nach einem Jahr oder was? Du kannst ein stinknormaler Hobbygolfer sein. Und du kannst den perfekten Schlag trotzdem machen. Du kannst als Hobbygolfer theoretisch ein Hohl in den Wein schießen. Theoretisch sicher. Du stehst dann da und sagst, ich bin ein Depper der Hobbygolfer. Und das hätte jetzt der Tiger Woods auch nicht besser machen können. Was so faszinierend ist, ist, dass auch er heute schon Schläge gemacht hat, wo jeder Vollprofi sagt, den würde ich sofort nehmen. Okay. Den Schlag, ne? Das ist wie, wenn du beim Skifahren einen Anfänger sagst, und auf einmal könnte der einen Schwung super carven und dann haut's ihn wieder auf die Goschen. Das geht nicht. Aber beim Golf passiert's. Aber auch umgekehrt. Auch umgekehrt, dass der Tiger Woods so einen Putt vorbeischiebt. Ja. Und das ist natürlich das Frustrierende. Ja, Alter. Servus. Ihr habt eine andere geile Karre? Schon, gell? Unglaublich. Die gibt's nicht oft, gell? Nein. Aber Windschatten technisch schon bei Ihnen. Das passt perfekt. Die Karre kartiert dir? Ja, ja. Das haben wir selber als Roste gemacht. Ach, das ist alles absichtlich gemacht? Oder was? Ja, das haben wir alles reingeflext. Und dann mit Salz und Essig und Wasser. Okay. Und dann ist das schon groß. Und das? Das ist Zeitung. Von 1990. Klarlack, dann Zeitung mit der Klarlack drüber. Okay. Ja, Alter. Möchtest du das mal anhören? Schreib dir mal an. Guck dich ein mal. Dann hörst du das besser. Ja, Alter, dann hebt's. Nein, dann hebt gut. Ja, nimmer schlecht. Gehst du, verdammt. Ein bruttes ganze Auto. Ja. Schau mal, ob das geht. Ist das ein schöner Sound oder was? Das macht ja viel Tänz-Sound oder wie? Geil, oder? Ja, ja. Aber sonst ist das eigentlich nicht fahrt, oder? Ja. 0815 bräuchte halt. Ja, ja. Der hat sich von Kitzbühel. Aber wie ist das so, wenn man jung ist, so zum Leben? Scheiße. Ja. Wie geil? Auch da ist es richtig scheiße. Wieso? Ja, weil sie nichts machen bei der Jugend. Gar nichts. Aber es sind eh so viele Events, oder? Ja, aber da braucht man da. Wenn es da nicht heißt, dann... Weil es so teuer ist. Wie tagt ihr so das Leben in Kitzbühel? Ja, fahr das. Ja? Ja. Wieso? Nichts los? Ja, da sind halt in Kitzbühel im Winterzeit eher die Reichen da und fahren die Lokalen die Preise hoch. Ja. Ist für uns eigentlich uninteressant. Und im Sommer sind sie dann alle weg. Und dann hoffen die Paare, die sie dann halt offen haben, auf uns. Ja, ja. Aber uns interessiert sie eigentlich auch nicht, weil im Winter werden wir so ausgeschmissen auf Gotteutsch und im Sommer sind wir dann wiedergekommen. Wie sagen da wirklich, die paar Besitzer schleicht sich so quasi? Ja, wenn wir nicht ordentlich rumliegen sind, zum Beispiel, wenn man nicht Hemd und Zeugung hat. Also wirklich schon mit Dresscode? Ja. Und im Sommer sind wir gekommen, wie wir wollen, wenn wir Nacken kamen, so ungefähr. Dass wir nach Hause das Geld ausgibt? Ja, genau. Wo geht man fort dann? In Kitzbühel fußt als Jugendlicher. Gar nicht. Gar nicht? Das davon machst du nicht. Wo seid ihr unterwegs, was für Orte? Westendorf. Da Richtung Wörgl. Also wirklich in die umliegenden Gemeinden? Ja. Ich wünsche euch alles Gute auf alle Fälle. Passt. Hat mich gefreut. Ich auch. Mach's gut. Danke. Was kommt an? Wie lautet der Titel? Vom nächsten Kapitel Gibt's da nen Plan? Was steht an? Wie lautet der Titel? Vom nächsten Kapitel Der Tiefen